Jo Freunde, ich habe eine Info für euch und zwar auf die Frage, wie kann man die neuen Monopoly Rucksäcke bekommen. Das ist ganz einfach und welche Rucksäcke sind das einfach? Das sind die hier. Von dem Monopoly Spiel, ich denke man kennt es hier, der Hund, die Ente, die Katze und so weiter. Richtig viele verschiedene Figuren als Rucksack in Monopoly und da laufen teilweise schon welche mit in Fortnite rum. So, wie kann man die aber nun bekommen? Dafür gehe ich einmal auf den Desktop, denn aktuell bin ich bei GameStop hier. Und zwar, so sieht das aus. Das könnt ihr nämlich nur momentan als Bonus für das Fortnite Monopoly Spiel bekommen, was aber aktuell noch nicht raus ist. So, ihr seht schon hier, In-Game Backblink Set ist dabei. Es gibt ja schon ein Monopoly Set, das ist schon irgendwie 2-3 Jahre raus, das normale. Und das ist jetzt eine Collectors Edition und dort kriegt ihr halt auch die ganzen Sachen dann dazu. Hier seht ihr auch das Ganze mit Metallfiguren, vorher war es mit Pappfiguren und so weiter. Das ist jetzt die offizielle englische Seite von GameStop hier, einfach um euch das zu zeigen. Kostet 37 Dollar hier und Release Date ist hier der 1.12.21. Also normalerweise kann man es aktuell nur vorbestellen, aber auch nur in der USA. In Deutschland bin ich zum Beispiel mal auf dem GameStop Shop gewesen hier und da seht ihr halt nur das Alte, was übrigens aber auch ausverkauft ist. Also ich gehe davon aus, dass dieses Paket dann einfach vielleicht sogar zu Weihnachten noch reinkommen wird für Deutschland, dass man da dann auch diese Monopoly Skins bekommen kann, beziehungsweise Backblinks hier bekommen kann. Und ja, das auf jeden Fall dazu. Falls ihr die übrigens schon mal seht, hier diese Backblinks, dann liegt das wahrscheinlich einfach daran, dass es irgendwie eine Kooperation gab mit Monopoly oder dann mit Fortnite, dass der Creator dann die Backblinks schon mal bekommen hat und die schon mal im Vorfeld zeigen kann, um ein bisschen Hype aufzubauen. Also aktuell ist es noch nicht möglich, die offiziell zu bekommen. Maximal frühestens, ich denke vor Weihnachten kurz vorher oder vielleicht erst in 20, 22, also aktuell sind die halt nur so veröffentlicht. Man kann die aber aktuell noch nicht bekommen. Es kann auch sein, dass die später noch im Itemshop kommen werden, nur dass die Info für euch, falls ihr euch wundert, wie bekomme ich die denn jetzt, ich habe die schon oft gesehen und so weiter und so fort. Von daher diese Info an dieser Stelle auf jeden Fall mal kurz hier für euch. Das war es noch zu dem Video. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne ein Like da lassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.